Steno Brainstorm Steno eignet sich hervorragend zum Brainstorm. Zulande ich der einzige Punkt, den Blutkommar der Steno verwendet, und damit seine Gedanken zu präsentieren, mag diese Anwendung noch ziemlich unheimlich erscheinen. Aber der Schein trübt. Aber den Beweizierer können hier einige Möglichkeiten aufzeigen, die später in der Gruppe sich verstärken können.